ja hallo zusammen heute soll es wieder mal ein video geben im bereich gambio und seo nachdem mein erstes gambio und seo video schon um die vier jahre her ist dachte ich würde wieder mal zeit und bin dazu heute in die schöne natur gegangen und wollte noch mal das wetter so ein bisschen ausnutzen es soll ja die nächsten tage wieder kalt und herbstlich werden und deshalb dachte ich mir dies denn mal aus und ja alle das draußen mal die wichtigsten eckpunkte im bereich seo und gambio möchte einfach mal die wichtigsten punkte erklären und blende da auch immer bilder ein die das ganze auch noch ein bisschen verdeutlichen und wird sagen wir fangen direkt an ja da habe ich mir erstmal einen schönen platz gesucht jetzt ein bisschen im halbschatten würde ich einfach mal die wichtigsten punkte durchgehen und zwar gehen wir erst mal in den admin bereich haben wir das mal ja gehen wir erst einmal in die globalen seo einstellungen rein und zwar wäre das auf der linken seite ganz runter zur einstellung und dann seo gehen dort zeigt uns die erste ersten bereich erstmal den den gambio seo boost an und dort würde ich eigentlich alle häkchen setzen wer jetzt keine verschiedenen sprachen hat da kann jetzt den sprachcode weglassen sonst ist nach den letzten backslash so ein de oder in andere sprache halte ich wenn man es hätte braucht man natürlich nicht wenn man nur deutsch anbietet ansonsten die anderen machen alles den netten suchmaschinenfreundliche urls dann kurze produkt urls ist für google auf jeden fall besser auch wenn man sich merken sollte aber auch für google suchmaschinenfreundliche urls in content seiten kategorie seiten auf jeden fall auch und die index php dieses suffix php verstecken also entfernen nach versteckt es bloß das würde ich auf jeden fall auch auswählen ja in den gleichen bereich können wir dann zu den nächsten reiter rüber gehen und zwar wäre das dann der bereich die meterangaben hier ist es so dass die keywords nach wie vor als sternchen also als pflichtangabe wohl dann dort zu sehen sind ist aber nicht mehr so muss man nicht ausfüllen google liest das schon seit so um die vier jahre drei vier jahre nicht mehr aus von daher kann man das weglassen unten drunter haben wir dann den description bereich also die beschreibung des shops wäre das dort haben wir 150 zeichen die ich auch so nutzen würde ja dann haben wir die wenn wir oben weitergehen den robots datei bereich das haben wir glaube ich die datei runterladen die man hochladen kann wenn man zumindest nicht im hapfezeichen ist das überspringe ich jetzt mal ich gehe mal zu dem sitemap generator das war im ersten video denke ich auch noch nicht so gewesen dort geht man zuerst in dem bereich alle veröffentlichen und veröffentlicht erstmal alle seiten und kann dann ganz nach links gehen zur sitemap generieren dort steht dann auch da wie viel er dann generiert hat in deutsch und englisch konfigurieren ja welche sitemap also welcher wert dort stehen sollte in der grundanstellung ob das 0 oder 1 ist hier empfehle ich natürlich wenn man das von vornherein auf 1 stellt denn dann spart man sich dann in den kategorien seiten wie auch in den artikeln schon mal eine einstellung ja wenn wir dann noch einen schritt weiter gehen haben wir dann die statischen seiten hier kann man wählen welche seiten man in der sitemap ausschließt beziehungsweise dann auch in der robots datei ausschließt wo praktisch google nicht die seiten indizieren soll oder nachverfolgen soll die kann man dann hier wählen gerade wie index zum beispiel index.php und google merkt sich sonst oder indiziert sonst die index.php wie auch die normale domain also hätte man theoretisch einen doppelten content deswegen wird es dann hier in der sitemap ausgeschmissen ja und dann würde ich sagen gehen wir erstmal in eine kategorie rein ich habe hier mal eine maske angelegt für einer neuen kategorie also artikelkategorie und dann eine neue anlegen und dort ist sehr relevant erstmal die priorität der sitemap wie gesagt wenn man das wie eben schon erwähnt einstellt dass das da eine 1 steht oder eine 9 oder wie auch immer dann spart man sich die einstellung ich würde für die kategorien eine 0,9 wählen weil die artikel später dann eine 1 bekommt beziehungsweise auch design und ja das würde ich so melden und natürlich auch das häkchen setzen in der sitemap auswählen da war gerade ein tier ja in der sitemap auswählen das ist mittlerweile schon standard dass es vorein abgehakt ist bei älteren versionen vielleicht auch nicht von daher dort um ein häkchen setzen das gleiche ist dann nachher dabei die artikel wie gesagt dort würde ich aber dann auf die priorität von 1 gehen ja wenn wir dann weiter runter scrollen dann haben wir dann natürlich die überschrift und die beschreibung in der kategorie was einmal unten und einmal unten stehen soll ich würde das auf jeden fall auch nutzen zumindest den text unten drunter ist da noch genau unten den text oben lassen die meisten weg damit da nicht der ganze text vor dem artikel steht ich würde auf jeden fall unten drunter eine kleine seitenbeschreibung machen von 200 wörter vielleicht mehr ist immer gut man soll natürlich den nutzer nicht über überfordern und google merkt natürlich dann auch wenn es wenn es seo freundlich sein soll im übrigen sagt google mittlerweile dass die beschreibung gar nicht mehr so wichtig ist das sollte man einfach ausprobieren ob das jetzt wirklich relevant ist oder nicht man merkt das ja dann am besten zu einem ab test dass man sich das aufschreibt welche position hat man wie die seo werte da relevant sind kann man ja vielleicht wenn man irgendwie in webmaster tools wie heißt es jetzt search control seo zentrum drin ist oder es gibt da verschiedene anbieter wo da verschiedene werte stehen die kann man sich einfach aufschreiben oder ins screenshot ziehen und dann schaut man einfach nochmal 14 tage vier Wochen später ob sich da irgendwas verändert hat da sieht man dann die Relevanz ja darunter ist dann die die Metaangaben also der MetaTitle das ist die der Text da in der Suchmaschine bei google oder anderen oben steht als Überschrift sollte nicht länger sein als 65 55-65 Zeichen zu einer Dreh jetzt seht natürlich auch der Shopnamen mit rein das sehen viele wenn man natürlich einen langen Shopnamen hat dann müssen wir die Zeichen natürlich schon mal abziehen sei denn der Shopnam ist egal und steht hinten dran dann ist es natürlich schon wieder egal und hier ist immer noch ein Tier ich werde beobachtet das ist halt Natur ja darunter haben wir dann die MetaDescription da haben wir 150 Zeichen viele Anbieter zeigen auch dort die Länge an die Pixelbreite Camio macht das hier mit Zeichen das ist auch sinnvoll ich würde das hier also auf 150 Zeichen gehen die Keywords kann man weglassen wie gesagt URL-Wort Keywords wenn es Sinn macht ich würde sich auf jeden Fall nicht irgendwie viele verschiedene Keywords denn das hängt alles am Name dran das könnte Google als Keyword Spam ansehen Rewrite URL da kann dann der Name des Artikels zum Beispiel stehen oder ein paar Schlüsselworte dazu aber hier auch so wenig wie möglich einfügen ja dann gehen wir einmal in einen Beispielartikel rein da habe ich jetzt auch ein Bild wieder zum Einblenden auch da natürlich wieder in der Seitenmap anlegen also das Häkchen setzen und Stückchen weiter drunter hätte man nebeneinander eigentlich machen können solle dann die 1 eingefügt werden 1 wäre quasi wichtig und 0 wäre unwichtig um das nochmal so zu erklären ja wenn wir dann dort in diesem Bereich ganz runter gehen haben wir dann einmal die Kurzbeschreibung und die wesentlichen Merkmale die sind beide relevant für den Nutzer und natürlich auch rechtsmäßig die Merkmale stehen ja in der Zusammenfassungsseite ganz hinten also wichtig für uns ist aber jetzt relevant erst einmal was darunter steht Herstellerlink würde ich generell nicht machen sein denn man kann dort nichts kaufen dann haben wir dann wieder die anderen Angaben wie auch gerade schon in den Kategorien da würde ich jetzt nicht weiter auf eigentlich eingehen weil das ist an und für sich dasselbe das wäre hier auch nochmal bei den Content-Seiten deswegen habe ich da jetzt nicht in den Extrabereich für Content angelegt genau so aus SEOs Sicht da nochmal oben drüber der Bereich wichtig also sprich die Artikelbeschreibung da haben wir die Überschrift die immer automatisch H1 ist also Überschrift 1 und dann haben wir im Text sinnvollerweise sollte man dann die erste Überschrift dann eine H2 machen und darunter dann der Text mit Absätzen und schön gestaltet natürlich in jedem Artikel übrigens gleich das macht es auf jeden Fall für das Auge besser und auch für Google weil es auch professioneller aussieht genau dann haben wir die erste Überschrift H1 die zweite H2 und dann der Text ja je mehr man schreiben kann umso besser auf jeden Fall natürlich ist es manchmal schwierig über gewisse Artikel vor allem wenn sie sich wiederholen immer wieder was passendes zu finden wie ihr sich irgendwas überlegen ne Storytelling wie man so schön sagt irgendeine Geschichte wenn es denn passt vielleicht 100 150 würde er wenigstens einschreiben auch hier umso mehr umso besser man kann auch mit Tabs arbeiten bietet Campio ja auch an und das macht es auf jeden Fall erst einmal ja für den Nutzer auf jeden Fall leichter barrierefreier wenn man nicht so weit runter scrollen muss und Google ist es egal ob es in Tabs ist was untereinander steht kann es auf jeden Fall auch ordentlich lesen ja was haben wir noch ganz unten dann die Bilder hier stelle ich in den Modulen immer Modulen und dann Dateimanager die alte Darstellung an dass man praktisch das Bild wählen kann und dann hochlädt und fertig ohne dass das im großen Pool landet und dann haben wir hier dann den Datein Name den man theoretisch umbenennen könnte wenn das Bild xyz95 wird bg heißt das bringt Google nichts deswegen sollte dann lieber durch die Tasche Tasche 509 also irgendwas sinnvolles halt ne darunter haben wir den alternativen Text alternativbeschreibungen in den jeweiligen Sprachen sollte auf jeden Fall auch eingefügt werden weil das für den Nutzer wichtig ist wenn man jetzt bei jahrefreiheit denkt und natürlich auch für Google und damit wären wir eigentlich fast durch wenn man Änderungen getroffen hat im Shop sollte man danach immer in den Cache reingehen das heißt Toolbox und Tag Cache denn GAMBI übernimmt es nicht immer gleich so das heißt dort sollte man den Cache für die Seite leeren und natürlich alles andere was man gerade geändert hat sprich Artikelbeschreibung, Zuordnung und dann diese Artikel-Eigenschaften wenn sich geändert wurde und die Texte würde ich generell immer mit ändern also ich würde das auch nochmal mit einblenden ja und damit haben wir eigentlich die die wichtigsten Schritte schon eingefügt und geändert und ich hoffe dass das einfach auch weiterhilft und für Fragen stehe ich natürlich jederzeit in den Kommentaren bereit man kann die geänderte Seite, also den Artikel oder meinetwegen auch den Text die URL könnte man dann noch kopieren und in der Search-Konsole mit angeben dass direkt indiziert wird ich mache das bei meinen Texten auch immer da sucht es dann, findet es nicht und bietet dann an das zu indizierende natürlich nochmal ein Bild mit einfügen ja und dann ansonsten hoffe ich dass es geholfen hat ich schaue doch mal meine anderen Videos an zur GAMBIO Einrichtung die sind zwar schon älter aber im Grunde genommen ist es ja immer das Gleiche es kommen noch Funktionen dazu zu denen es auch noch demnächst noch ein Video gibt aber ja so wird jetzt erstmal das würde mich freuen über ein Like gerne auch geteilt werden das Video und ja dann bis bald